Sauber Leute, Joschia und Willkommen zurück zu Bollons 2 Coop mit Bento! Benno! Warum bist du der bessere? Weeey... Irgendwo ein Sparren, da ist noch einer. Wie viel schneller als ist, das finde ich nicht so gut. Ah, das auch noch einer. Finde ich jetzt irgendwie so suboptimal. Hallo? Das ist mein Alte. Warum vordere ich dich? Warum vordere ich dich? Ich bin die ganze Zeit zum Drill-Harrer. Bin kein Arsch. Ich auch nicht. Ich glaub, der meinte dich. Könntest du dein besten Freund Clap-Trap ein Gefallen tun und mein Auto reparieren? Ich denke, ich stehe jetzt in eurer Schuld. Kommt zu meiner Berausung, dann stelle ich Clap-Trap Sehfähigkeit wieder her. Ich deaktiviere vorher noch den elektrischen Zaun für euch. Wenn mal der Gegend erschiebt. Ja, 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 genau. Mach selber. Haha. Scheiße. Was lautet Up von Kapitän? Warum. Okay, okay. Weil ich hier lebe mit Pumpspilot. hot cheese�astat, ich bin einfach aus ich bekomme auf die Punkte kommt kann sie in Rhein hier vollfach wenn wir an sind vollfach fachmännisch reparieren ich auch die ich Dankeschön, guck sie den da gefälligst an, guck sie den da gefälligst an, guck sie den da gefälligst an, guck sie da guckt dich an. Komm, stell mich mal auf dich. Du bist egal, witzig. Ja. Warum kann ich mich... ...wenn ich meine Schottgang benutze. Wo muss man... Da hinten du Af. Ja... Hier ist viel näher an Level 3 dran als Du. An Level 3, 3, 4, 6, 5, 10. Eintritt an der Tat durch die Gruppe maximal überhaupt das funktioniert und wir reden mit ihm das ist kaputt der Stadt muss es deaktiviert haben die Erinnerung auch die Zahn-Siehepunkte gekommen und dort herumlungern nirgendwo nicht Machen wir das noch? Äh, das geht ja schneller. Ja, das ist ja chillig und so. Ähm, hallo? Den WALler. Wo ähm, lässt mi mal bitte ein übrig? Oh oh oh, belebt mich mal grade bitte wieder. Belebt mich mal grade bitte wieder einfach. Geht grad nicht. Danke schön! Ja, ich bin jetzt auch tot. Hier der... Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe... Oh shit. Du bist auch draufgegangen, oder? Nee, ich lebe wieder. Nein! Nicht dein Ernst, oder? Leute, das ist eindeutig, ich bin wegen ihm gefailt. Weil er mich nicht... Sehr gut. Yoshi, beeil dich. Töööö, ja genau. Mein Skill neigt dem Ende. Oh, da lebt da wieder. Das wäre natürlich noch viel schöner, wenn irgendwer in Leersburg noch am Leben wäre, um ein Sieg zu feiern. Aber trotzdem, gut gemacht. Ja, das ist ein Leben, das ist für mich. Auf geht's mir, ich soll immer noch das andere. Ui, säubertreich. Säubertreiben. Dumm dünm dimm tatto ddimm Those Evie. Jossa, the better problem. ganz viele Mongoss reift mich an. Alter von hinten auch noch einer. Hinter dir, hinter dir Oh fuck Wette, Mongos Warte, deckst du mich mal gerade? Äh, schlecht Ich hab sie eh alle abgelenkt Ist effizient Volimons werden es sich künftig zweimal überlegen, bevor sie friedliche Städte überfallen Auf jeden Fall Kehr bitte zum schwarzen Brett zurück Jaja, machen wir Ach verdammt, ich drück die ganze Tab, warum auch immer Wahrscheinlich, weil ich wissen, wie viel Spielerpunkte ich hab Klar Geh mal nach oben Ich hab einen Gewolver bekommen Ja, ähm Du nicht Ich soll Claptrap nehmen, warte Ich mach doch mal gerade Wenn du hier draußen eine Weile So wird's laufen, Kamerjäger Mein erster Mat Wurde dich umbringen Warte mal Doch nicht, hä? Unglaublich Die wollen mich die ganze Zeit hier natzen Nutze die auf Wetten, du kommst aber wieder nicht klar ohne meine Hilfe Ja Seid vorsichtig, wenn du um Aus schaltest Er gehört zum Rapper-Klang Und Rapper heißt so viel wie Hetzer Schätze, du checkst, warum die sogenannt werden Ja, ja, geht doch gleich Den man hier auch benutzt, den aus Auf Ja Nee, schon gut Das ist nicht Ich hab dich abkratzen lassen wollte Du glaubst, du frischst dich da draußen zu Tode? Ja, hey, ja nicht, ja Vorher kriegen dich die Venditen Mashi, du bist falsch, oder geh mir die Erste Oh, oh So macht man das Okay, bis dann No 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 er wird er wird back an und steht es am Arsch der Mann hat nicht weil er ist am Arsch jetzt hier den Killing Lied wir machen wir hier nicht die Emissionen was nehmen sie um welchen Menschen da haben wir nicht einfach zu tun aber auch er nimmt sich zurück wenn wir erstmal dahinten ja wir können ja ich bin jetzt erst mal die mit dem dieser ist noch was er noch nie das ist übrigens ich bin mit dem jetzt in der Kirche Jörg 4 und verkommen ein ein psychisches der aktuell ohne 4 da noch nicht gewinnen geht so gut mehr auch nicht jetzt geht es mir nein du bist so ein Arsch du kriegst es da ist ein Speicherkind oh Skiller oh hier oh neue Waffe was schon wieder äh der kriegt die ganzen neuen Waffen nicht scheiße wie die ist aber scheiße Max eine Waffe haben die scheiße ist ne nicht wirklich na ich hab so scheiß viel sniper Munition ich weiß gar nicht was ich überhaupt für Munition hab natürlich ich vergaß der Schaltkasten des Unterschlups gab den Geist auf nachdem Claptrap versucht das musst du natürlich auch noch machen nachdem ich bereits bewiesen hab dass er kaputt ist ach so ein Scherz GX besorgt einfach ne neue Sicherung für den Aufzug und ignorier was er wegen dem Schaltkasten gesagt hat Loshi vielleicht solltest du warten bis ich auch kommt oh da kommt ein Psycho auf uns zu der kommt auf dich zu wenn ich bitten darf ne die ne 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 ab 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 er war schild die Frau die in Deckung kleine Mann oft zu Jörg aber das ist ein Psycho fahrtürzt das ist ein Bullymo echt ja hätte ich auch nicht gedacht aber auch ein Buch Hilfe! Shit! Lass mich den killen! Lass mich den killen! Lass mich den killen! Ja dann kill ihn! Aber ich treffe ihn nicht! Mach ihn noch mal! Ja! Ah! Perfekt! Yes! Auf der anderen Seite von diesem Elektroson ist alles sicher! Wir haben doch noch die Zeit! Wenn du alle erhoben bist, wird dir nichts passieren! Boah, bin ich gut, oder? Äh, Yoshi? Vielleicht drehst du dich mal um oder so? Hilfe! Ich glitsche! Ich glitsche! Ich glitsche! Ich steck fest! Jawah! Ich hab keine Money mehr für diese Scheißwaffe! Ähm, warst du das gerade? Der mich gerade geshotgunnt hat? Alter, wie viele sind denn hier noch? Zu viele, dass ich hoffentlich gleich mal Level 5 erreiche! Alter! Ist noch irgendwo einer? Ne, ne? Da lebt mich wieder! Da ist doch noch einer! Na ja, ich werde direkt auch wieder beschlossen! Warte mal, warte mal kurz! Wir haben nämlich gerade irgendeine andere Quest aktiviert! Warte mal und ich, wenn du hier gerade Dingens tust, dann mach ich hier gerade mal... bisschen Inventory-Modification... ...bisschen Inventory-Modification... ...die Mission ist richtig! Lauf! 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 Dann würde ich dich mal losgehen! Ja, dann... Und wie viel Geld hast du denn schon? Ich war sogar nicht! Ich weiß es gar nicht, hätte ich gesagt! Ich sitze auch gerade glaube ich ziemlich unbequem, wenn ich bin, wenn ich bin, Hast du den Lift zum Laufen gekriegt? Sehr gut! Dann fahr jetzt zum Unterschlupf hoch und kaufe einen Schild! Früher war dies ein wichtiges Widerstandsnest! Bis irgendwann die Hyperion-Truppen vorrückten und alle nach Sanctuary flohen! Du... immer so klein? Natürlich immer! Halbtot? Ah, das geht gut! Ich hab 327! Dann sehen wir, wie wir dich von diesem eisigen Gletscher herunterbringen! Cool! Ausschalten! So, ich hab mir mal ein neues Schild gekauft! Neues Schild? Ja, das wäre praktisch, glaub... Ich glaub, dann mach ich Gott auch! Du kannst hier auch irgendwas interessantes ist! Ich hab das Sonderangebot gekauft! Das Sonderangebot! Und hier oben ist übrigens ne Waffenkiste, glaub ich! Und ich krieg natürlich nur die schlechten Sachen, wo? Wo? Wo da oben? Wo bist du? Ich seh dich nicht! Draußen! Draußen! Ja, du saß da oben und dann ist draußen! Mann! Hier, komm! Wupp! Was ist denn? Geil! Nein, ich bin runtergefallen! Mach mal! Mach mal! Mach mal! Mach mal! Mach mal! Mach mal! Wo oben, meinst du? Mach ich hier! Ah, da! Ich glaub, ich bin da! Ja, ich würd sagen, das ist da! Wunder! Alter! Das ist ne Schildkiste und die sind alle schlechter als ich! Schilderte Gefälligkeiten! Oh geil! Ich hab mich ganz runtergefallen! Ja, ich komm' dann mal zu dir, ne? Ich lauf schon mal nach Hause zum Quest-Abschluss! Lauf mir hinterher, Bento! Lauf! Lauf! Hab' hier noch Geld gefunden und so'n Gedöns! So'n Gedöns! Alter, wie du stöhnst die ganze Zeit, ey, das ist echt nicht mehr schön! Ich find' da total geil! Ja, auf jeden Fall! Das liegt an mir, gell? Genau, unbedingt! Ich komm' hier nicht hoch! Tja! Oh yeah! Ich mag den Stil von Baudelaire! Das ganz hab' ich übrigens mit meiner Grafikkarte geschenkt bekommen und der Bento hat sich's gekauft, weil ich gesagt, dass er sonst es kauft! Ja, und weil ich spiel' geil ist! Ja! Das auch. Und weil ich ihnen gesagt habe, also im Prinzip nur weil ich sie ihn gesagt habe. Konnte mich nicht entscheiden zwischen was nochmal? Na Borderlands 1 den Vorpack für uns alle, ja! Den anderen Schleifung nicht uns alle. So ein König! Craprap verteidigt das machen wir's! Nee, lass' ich mal äh, die Nebenquests hier aufnehmen. Welchen Nebenquests hier aufnehmen? Die, ähm, zum Beispiel ... Los, mach jetzt! bist du ein Tropf nein du hast die Haare schön dann musst du noch warten jetzt hier möchte ich gerne machen weil da kriege ich meine Schlepper die Lombel auf ja ich bin ja schon seit und hat nicht mein Zeitpunkt 5 von Ort wieder nach hinten wenn ich nicht mehr so viel Zeit eine Runde Prozent noch machen ja passt schon so lauf übrigens bist du auch so wasserscheu wie der ganze ja bin ich ja also ich glaube dass ich es bin wir können es gleich am anderen testen Wasser und diese Spiele verträgt sich einfach nicht genauso wie sich Wasser und Computer nicht verträgt Schneise der Verwüstung so gut wird Schiffen ganz schocken die Kompass und die haben wir schon ausgeräuchert da hinten glaubt man doch haben wir das waren doch die Kassen da die kommen doch wieder irgendwann ja aber erst wir haben sie irgendwie können jetzt ist es um anderen Punkt gehen oder wie weit sind die keine Ahnung äh die sind ein bisschen Arbeit komm ich will da hoch genau was äh ich hab gar keine äh wir haben eins von vielen ja genau hab ich nämlich auch dann sammeln wir die zusammen so und jetzt wollte ich euch nur mal gerade zeigen nur so zur Demo das äh falls hier Wasser ist irgendwo dass ich wirklich wasserscheu bin und zwar wirklich wirklich wasserscheu dann zeige ich das auch mal ja wie viele Frames läuft eigentlich dein Ding ähm bei ich sag mal so äh 40 ungefähr also ich spiele mit 40 und nehme mit 30 auch so viele mit 60 nehmen auch mit 30 auch ja ich hab zwei von drei Ganaten aber naja meiner ist auch eins so schnell komm wir trauen uns mal ins Wasser durchs Wasser zu schwimmen ist war fahrt ich glaube ich überlebt ja ich überlebt vor Ort auch kommen da hinten müssen wo hinten hier Fakten also dort da machen wir doch gar nicht mehr und dann zu tun und weiter er kann immer mit dem aus dem töten er bei dir weiß man nicht so ich hab das Spiel auch ich bin ja ich hab's was auch schon Mg also der Bullion ist geschwächt jetzt verpassend mit deinem Nagel oh du hast jetzt genug wer wird in den Schleifern verreifeln sein so kommen an wir schon viel ja auswählen gegen die Westen ab ja genau um die Bündnis geben das Hämmerlok oder klappte ich gebe es immer noch ganz sehr klettern klettern geben das macht kein Unterschied in meinen Schleifern doch der gibt ihn nämlich was anderes ja ich weiß aber ich glaub, ähm, aber ich kann's, äh, du gibst es ja dann für uns beide sozusagen ab, deswegen. Ach so, stimmt. So, jetzt stöhn ich mal hinter dir her. Komm, ich stöne weiter. Oh, yeah. Oh, ja. Das ist so. Hörst du eigentlich meinen Stöhn? Ja, so in weiter Ferne. Ich kann mir nicht auf was sein. Warte mal, ist das da Claptrap? Ja, ne? Das in der Nähe ist Claptrap, ne? Ja, das klappt, aber ich geh zum Hammerlock. Hammerlock, wenn ich nicht schon schneller ab bin. Ich bin nämlich so ein Profi in dem Game. Ja, ich hab das vollgesucht, Ted. Ich auch. Ich bin sogar vor dir. Und dabei bin ich fetter als du. Ja, fetter bist du auch so. Das sowieso. Können wir jetzt mal mit dem Gestöne aufhören? So, übrigens, hier, ne? Weißer Baum und so. Oh, scheiße, ich hinkfers, ich hinkfers, nein. Na, na. Okay, geht ab. Oh, nein. Oh, nein. Oh, Mensch, es ist einfach. Du kriegst dich die noch aus. So, kriegst du jetzt auch noch? So, kriegst du so ein Schissen aus. Kriegst du auch noch? Ne, ich weiß. Ich will reden. Kann ich die, äh, benötigt Level 5, was ein... Ach, ach, doch, ich hab's auch. Ja, okay. Ja, egal. Dann würd ich sagen, jo. Wir sagen, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Tschau.